Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testbericht von mir. Heute habe ich hier wieder einen Kinderwecker für euch und ihr seht schon, es gibt ihn in den Farben weiß, rot und blau. Der Kinderwecker hat außerdem folgende Funktionen. Es handelt sich um einen Funkwecker, das heißt, er stellt sich automatisch auf die Uhrzeit ein. Er hat ein Licht, er hat eine Schlummertaste, er ist sehr leise, also er tickt nicht und er hat eine Wegstandsanzeige. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was hier in der Verpackung enthalten ist. Da haben wir hier oben zuerst die Anleitung. Die Anleitung ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und als nächstes schauen wir uns jetzt den Kinderwecker an. Der ist hier in einer Polsterfolie verpackt und hier haben wir den Kinderwecker. Ihr seht hier vorne das Ziffernblatt. Die Stundenzahlen von 1 bis 12 sind hier schön groß abgedruckt. Ganz im Inneren haben wir hier das 24-Stunden-Format und im blauen Kreis ganz außen haben wir die Minuten in Fünfer-Schritten. Es gibt drei Zeiger. Einmal den roten Stundenzeiger, den blauen Minutenzeiger und der silberner ist der Alarmzeiger. Rechts in der oberen Ecke seht ihr noch so ein schwarzes Viereck. Das ist die Wegstandsanzeige und zwar habt ihr hier auf der Seite einen Knopf ON und OFF. Damit könnt ihr den Alarm eben an oder ausschalten und wenn ihr den aus habt, ist es hier oben dunkel und wenn ihr ihn an macht, dann ist es rot. Es gibt hier oben außerdem noch eine Taste, die sogenannte Schlummer-Taste. Wenn ihr diese drückt und der Wecker gerade läutet, geht er für fünf Minuten aus und läutet dann erneut. Wird diese Taste jedoch gedrückt, wenn der Wecker nicht läutet. So aktiviert diese eine LED und das Display wird beleuchtet. Wie das Ganze im Dunkeln aussieht, zeige ich euch später aber noch. Ich drehe das Ganze jetzt mal um. Hier haben wir das Batteriefach und die Knöpfe. Das hier ist der Knopf zum Einstellen des Alarms. Das heißt, wenn ich den Knopf hier drehe, dann kann ich den Alarm einstellen. Ich lege jetzt hier zuallererst mal Batterien ein. Und ihr hört jetzt schon einen Ton, ein Piepen. Ich weiß jetzt, der Wecker fängt an, das Zeitsignal zu suchen und sich automatisch auf die Uhrzeit einzustellen. Das könnt ihr hier sehen. Der rote Zeiger dreht sich und er sucht eben die Zeit. Am besten positioniert ihr den Wecker nah am Fenster, wenn er die Zeit sucht, damit er das Signal auch gut empfangen kann. Schlechte Orte wären zum Beispiel neben einem Fernseher oder einer Mikrowelle, weil da kann eventuell das Signal gestört werden. Wir haben hier hinten aber noch mehr Knöpfe und zwar diese drei hier oben. Einmal Rack, Ampset und Reset. Mit dem Rack-Knopf könnt ihr die Suche nach dem Zeitsignal erneut anstoßen. Falls es mal fehlschlägt oder das eben manuell aktivieren wollt. Mit der Ampset-Taste könnt ihr die Uhrzeit manuell einstellen, falls er eben kein Signal findet, also kein Zeitsignal und es eben nicht automatisch einstellen kann. Mit der Reset-Taste könnt ihr das Ganze zurücksetzen, falls sich der Wecker irgendwie mal aufhängen sollte. Zu guter Letzt haben wir unten noch diese Striche. Das ist hier der Lautsprecher und da kommt der Alarmton eben raus. Wie gesagt, es ist ein leiser Wecker und es ist ein Funkwecker und ihr müsst euch hier eben keine Gedanken über die Uhrzeit machen und auch keine Gedanken über die Sommer- oder die Winterzeit, weil das stellt sich alles automatisch ein. Das war es jetzt vom Unboxing und ich zeige euch im nächsten Video jetzt noch kurz, wie das Ganze hier im Dunkeln leuchtet und vor allen Dingen zeige ich euch auch noch, wie sich der Weckton anhört. Ihr hört jetzt meine Stimme und dazu im Verhältnis nun der Alarm. Hier sehen wir den Kinderwecker noch einmal in Rot und einmal in Blau und wir sehen, inzwischen hat sich die Uhrzeit selbstständig eingestellt und beide Wecker weisen dieselbe Uhrzeit auf. Wie gesagt, gibt es den Wecker in drei verschiedenen Farben. Es gibt ihn in Rot, Blau und Weiß. Hier habe ich Rot und Blau und der Unterschied der Wecker ist quasi nur die Farbe. Das heißt, alle Funktionen sind gleich. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Der Farbe, zum Beispiel, ihr habt Elemente, wie den Schalter hier an der Seite. Der ist natürlich hier nicht blau, sonst würde man ihn nicht sehen. Der würde sich nicht abheben, sondern rot und auf der anderen Seite ist er eben blau, wenn das Gehäuse rot ist. Das gleiche gilt zum Beispiel hier oben auch für den Snooze-Knopf, also die Schlummer-Taste. Und ansonsten ist hier aber alles gleich. Die Ziffernblätter sind gleich und auch die Rückseiten hier sind gleich und die ganze Funktionalität ist gleich. Es gibt hier eben, wie gesagt, eben nur diesen farblichen Unterschied.